ARD Text im Auftrag von Funk Ich muss dann wieder lernen, wie man hier mit der ganzen, mit der neuen Sniper schießt, ey. Ich hab durch den Panzer, äh, durch den Menschen in den Panzer reingeschossen. Nein. Fuckin' Potato, ey, Mei. Ich bin keiner mehr hinter dem Panzer, ne? Ich treff grad gar nix. MP, ist grad meine, meine Runde hier, das, meine Map-Seite hier. Äh, wir spielen übrigens gerade die Trial-Version von Battlefield 1. Mit wir meine ich Knüppel, David und ich. Ich hoffe, David ist von Klo wieder da. Hallo David. Hi David, wie gefällts dir? Äh, eigentlich ganz gut, bis auf die Map, weil hier so viele Sniper unterwegs sind. Echt? Also ich bin grad voll in meinen Elementen irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Außer jetzt, wo ich das Potato immer die ganze Zeit quassle. Oh, Panzer. Sag mal, der Panzer, der liegt meine Position, die ich grad hier habe, ne? Alter Verwalter. Ich hab jetzt übrigens grad die Russen-Sniper. Später werde ich noch ein paar andere Snipers ausprobieren. Ich werde im Laufe des Spiels alles ausprobieren. Kannst du irgendwie vielleicht mal irgendwas benutzen, um den Panzer in die Luft zu hier anknüppeln? Ich hab ja momentan nicht Sniper auf dieser Map, aber das bringt nichts für mich hier umzulaufen, weil du Sniperst. Wirklich, gefühlt. Ich hab hier grad'n Sniper, Alter. Oh Gott, ey. Kannst hier von Glück reden? Oh, helfe es dir der Skill? Nice. Kannst hier von Glück reden, wenn du... Oh, der Panzer, der Panzer hat richtig Bock auf mich. Nur so ganz nebenbei, ne? Alter, der ist jetzt den ganzen Weg rüber gefahren, nur um mich hier zu holen. David, heil mich. Ich bin kein Medic grade. Was bist du dann? Warte, ich kann dir helfen. Ich hab dir helfen. Ich hab's ruhig abgestochen, Alter. Verflugt seit der Arsch, Scharfschütze, der mich die ganze Zeit versucht zu tönen. Penis oder der Abfall? Hey, lass mich. Komm halt auf diese schlechte Sniper hier nicht klar. Die Meisterschütze? Bitte? Die Meisterschütze? Ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen ein seltsamer Teleskop-Scoop hier drauf. Und es irgendwie aussieht wie ein Mini-Computer. Ja, das ist das Meisterschütze. Das ist so schlecht, ja. Ich bin richtig aggressiv, das Ding. Ja, die ist eigentlich ganz gut, glaub mir. Ich spiel damit gerade. Ich mag die russische lieber, zum Beispiel. Ja, das ist die auch lieber? Ja, klar. Ich mein, die ist... Oh Gott! Die ist nicht so gut wie die russische, aber trotzdem ist es nicht schlecht, weißt du? Für einen Sniper so als Einstiegsding. Einsatz hier, David verloren. Nein! Ich will nicht, David. Hier, du, du. Hey, Medic. Medic, Anforderung. Äh, brauche Sanitäter. Ich brauche einen Sni! Alter, wie kompliziert ist das denn bitte, einen Sanitäter zu rufen? David! Hilf mir! Ich bin verletzt! Warte. Äh, ich kann nicht reparieren, wenn du willst. Oder ich kann ihm mit dem Flergarm ins Gesicht fü- Nein! Nein! Oh, jetzt hab ich einen Headstopp bekommen. Tut mir leid, Daniel. Hier! Hilft das? Weiß nicht. Oh Gott! Ich renne! Au! 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 David hat sich selbst angezündet, weil er mich mit dem Flergarm wiederbeleben wollte. Hehehehehe. Sprit! Aufgesteße! Musti! Oh. Irgendwie sind die gegnerischen Kugeln immer besser als meine. Story of my life. Du kennst das doch. Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Leider, ich glaube nicht. Wow, ey. Geht's ja wegen Gras und so. Was? Wow, ich hatte gerade auf jemanden geschossen, den Diskelekt hatte. Oh Gott, ey. Der stand einfach still. Oh, what? Ey, ungelogen, ne? Ich wurde gerade von einem Flak-Geschütz erschossen. Von der Burg aus. Ey, können wir mal bitte irgendwie uns auf die Burg umschleichen und von da aus dann aufs Schlachtfeld oder so weiter schießen? Ich glaube, das wäre die beste Idee ever, Mann. Ich glaube, diese Idee hat auch noch nie jemand vor dir gehabt. Ich bin da, Knöppel. Okay, okay. Wo geht's? Wo? Es ist abgehauen. Da, wo die Granate herkam. Da noch einer in der Tür. Das ist Richtung Norden. In der Tür. Hab ihn. Nice. Er hat uns in den Hof reingelaufen. Da ist anscheinend eine unterirdische Verbindung zum Hof. Und er ist da oben, linke Seite oben auf dem Dach drauf. Ich bin so tot. Noch mehr. Ich bin oben auf dem Dächern. Überall. Im Norden. Konnte ich nicht schneller machen. Oh, shit. Oh, geil. Nein. Oh Gott, ich bin abgestochen worden von hinten, ey. Holy moly. Ich hab noch 27 AP. Incoming. Klassischer AP, wenn du von dem Sniper getroffen wurdest. Ne, ne. Das war ein Reiter. Weil ich mit Georg. Oh, links von uns. Die stürmen D. Ja. Oder doch nicht. Doch, doch, doch. Versuch uns. Wie, ich? Die kommen um die... Die kommen oben. Die sind zwar oben. Ja. So kommt das auch vor. Formulich haben die bei denen quasi irgendwie schon ein komplettes Magazin, den dich entleert oder so. So wahrscheinlich, ja. In der Zeit wird bei dir angezeigt, dass ein Magazin oder ein Schuss auf die geschossen wurde. Nehme C ein. Komm mal. Ich komm so schnell ich kann. Wäre gut, wenn mich irgendjemand heilen könnte, man. Ich bin grad leider nicht in die... Weil Bugs da ist. Ah. Ich bin da. Ja. Ja. Oh, wir haben ihn. Nice. Ja, im Gebäude oder? Ne. Heilung im Gebäude. Ja, im Heilung im Gebäude. Ah, da hat's mir weggestreckt. Hinter dir. Oh Gott. Granate. Granate. Hey. Hier ein bisschen Abstand. Okay. Ich hab nur noch 25 Schuss. Oh, shit. Oh, was soll ich machen? Eben was Mörser oder so weiter ist von mir eingeschlagen. Oh, drüben auf der anderen Seite bei B. An Stein oder wo? Sniper? Der ist tot, der ist tot. Unser Team ist grade gefallen. Knüppel, was hast du vor? Abweil markiert. B. Der hat mich dann. Der gibt mir halt ein Wort. Ja, ich hab mir das andere. Tank? Tankgewehr? Was ist das denn? Come with the Frog. Ich glaub das war, ähm, Dingens hier. Die Munition von, äh, von, von, von die Panzer. Tankgewehr M1918. Keine Ahnung, was das für eine Knüfte ist, eh. Ich hab auch keine Ahnung, was das ist ehrlich gesagt. Ist das vielleicht dieses Anti-Tank-Ding? Ja, aber ne andere, ne andere ist das. Vielleicht einfach das Sniper-Riffle mit, äh, Anti-Tank-Munition? Ne, ne? Ne, ne, ne. Das ist schon ganz schon eine eigene Bezeichnung, das Ding. Okay. Guck mal ganz kurz. Mach das. Äh, kannst du vielleicht schnell kommen einfach? So, und dann gleich gucken? Weil ich grad ein paar Probleme hier. Na klar, wenn du natürlich jetzt einmal kurz in die Bibi gehen möchtest, um nachzugucken, was zum Gewehr das ist. Hat er eh zehn Sekunden. Oh, zwei. Jetzt bin ich wieder da. Oh. Come on. Komm mir jetzt, ist ein Zipper da drüben. Es reicht mir jetzt hier. Wee. Ab ins Wasser. Oh, schon mehr Wicht. Oh, du hast ihn gekriegt und ich hab, hier, Dingens, äh, Kilo-Sist-Dings zu Bums bekommen. Hehehehe. Du bist gut vorbereitet. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, David. Oh, Gott. Was ist hier los? Ich seh nichts. Oh, nein. Rocketguns. Von hinten. Und im anderen Spot. Pass auf, der ist aber noch mit der Rocketgun. Nein, David! Oi! Don't fucking die, Dave. Don't you die. Wenn du stirbst, komm ich vorbei und töte dich. Ach, du weißt, was das Tankgewehr ist? Das ist diese Anti-Tank-Sniper, die du einsammeln kannst. Ach so. Die ist One-Shot. Ja. Brandname SA. Ja? Schon mal der Name alleine. Und der chillt die ganze Zeit auf A und nur mit der Rocketgun. Dann werde ich ihn jetzt zerbersten. Hä? Ah. Oh, der wird eingenommen. Nein. Was? Danke. Auf der ist, glaub ich, ein Panzer. Ja, ich bin da. Ja. Oh, getroffen. Es ist unglaublich schwer, Leute im Rennen zu treffen, ne? Was muss man so anmerken. Ja, ich glaub es liegt einfach echt an den... Ja, den auch. Nice. Ich hab grad mein... Ah, ich hab Eis vor mir stehen und ich hab den Löffel umgeworfen. Nein! Nein! Ja, und das gute Eis. Jetzt hab ich Schokoladeneis am T-Shirt. Oh, nein, nein. Ich hab... Reiter hinter dir, David. Ah! Ihr habt nie Schoki gegessen, während es nicht gestimmt habt. Danke, Knüppel. Nicht schießen! Oh! Werde besnipet. Oh, ich hab... Ich hab nen lustigen Bug gerade gehabt. Mein Gewehr war so ganz eigenartig. Oh Gott. Holy shit, ey. Ich weiß nicht, mit der Map und mit den ganzen anderen Features, die wir jetzt gerade so bekommen, macht es deutlich mehr Spaß zu zocken, ganz ehrlich. Wir müssen noch so viele Sachen ausprobieren, Mann. Knüppel, was gefällt dir am besten von deiner Klasse gerade? Du spielst ja Assault gerade, ne? Wir haben ja die Beta gespielt gehabt und ich habe ja nicht einmal dieses Automatikgewehr, wo man das Magazin oben reinballert. Die hab ich noch nie vorher benutzt und die ist einfach awesome. Weil die halt extrem schnell schießt. Ich bin übrigens auf A. Ich bin direkt in der Idee, mein Freund. Ah, hi. Ah, sonst, ich will erst noch die ganzen Sachen freischalten, da gibt es noch so viel. Ähm, ich hab gesehen, es gibt so Schild und zwar... Ich hab übrigens, guck mal, das hier, ich weiß nicht, guck mal da. Damit kann man die Gegner sozusagen hier in der Umgebung mehr oder weniger markieren. Ach was. Das ist ein kleines Leuchtfeuer. Ja, ich benutze es eigentlich so gut wie nie. Und du kannst hinter uns... Er hat durch mich durchgeschossen, oben auf dem Hügel ist der. Ganz, ganz nah bei uns. Kannst du uns wiederbeleben, David? Bitte? Wiederbeleben? Achso, ja. Achso, jetzt hab ich... 2 Stück oben auf dem Hügel! Ja, dieser blöde Ping, ne? Ja, ja, wir spielen halt richtig Hyping gerade hier. Oh Gott, tot. Das ist auch das Problem, wenn wir halt auch gerade auf Testzeilern spielen. Ähm, wer auch immer das ist, ist Baxter, ne? Kann Baxter bitte nicht beschossen werden? Baxter, komm schon, mach keinen Scheiß. Ja, Baxter, ist da, nice. Dribbeln du auch? Ja. Nice. Hast auch gewartet, ne? Ja, sicher. Das ist übrigens gut, was ist los? Wir sind schon wieder On-Spot, schon wieder. Dann Atmen hin! Masken auf! Lass ihre dann regnen! Masken auf! Nein! Oh, ich bin so ein Potato! Oh, da ist noch einer! Nein! Nein, die blöde Palme! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich verkacke, dass ich verkacken kann. Komm, jetzt frag zwei Stück hin. Nein! Oh, Pumpgun-Boy! Kannst du bei mir spawnen, kein Problem. Haha, da ist meine Gasgranate gerannt. Idiot! Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe den Geld. Ich auch. Und eine Pumpgun. Yes! Wow, die sind relativ close. Ach was? Kein Ding. Okay, ganz, ganz. Sehr, 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 sehr close. Ach du, Granaten, komm. Drei Stück sind das oder so. Ja, da sind richtig viele jetzt. Ich habe das Gefühl, wir werden richtig durchgebummt jetzt. Oh, hinter uns. Oh, Shotgun. Oh Gott. Genau, die Bläuen. Nice. Ich habe so das Gefühl, die machen das wie bei der Matrix. Weißt du, ich schieße auf die. Halt genau drauf. Schieße, er bewegt sich nach rechts. Ich schieße, er bewegt sich nach links. Und das ist die ganze Zeit. Fahr jetzt mit dem Auto darüber. Ich bin hinten drauf. Auf geht's. Okay. Wir haben ein Schokoeis hier. Kann ich das essen? Klar. Wir nehmen jetzt A ein. Ich kann nicht meine Maus richtig bewegen. Juhu. Vor uns. Vor uns. Kann ich schießen. Gute Arbeit. Warte mal, ich drück mal kurz auf Schießen. Wir fahren so ein bisschen drumherum, ja? Irgendwas ist da richtig krass broken bei dir. Hör aus hier. Oh, ich dachte du fährst ein bisschen drumherum und dann bist du mitten rein gefahren. Achso, ja. Sorry. Ich wusste es. Hup! Hup! Oh mein Gott, ich konnte nicht mehr rennen. Wo war der? Oh mein Gott, ich konnte nicht mehr rennen. Auf dem Berg, wo ich gerade die ganze Zeit gespawne, äh, ein bisschen weiter außerhalb der ganz anderen... Dankeschön. Oh, KPI ist ja schön. Hahahaha. Wird man gar nicht. Komm, ich komme jetzt von hinten mit meiner Lieblingsbank an. Yes, 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 I got it, I got it. Aber hinter uns, hinter uns, hinter uns, woher gekommen sind. Close. Oh, du hast so meinen Arsch gerettet. Huhuhu, da waren zwei. Nein, noch einer, noch einer, noch einer. Hab ihn auch, sorry. War eine Millisekunde zu spät, musste nachladen. Der Pumpgun ist einfach... Aber wie auch sofort alle da hingekommen sind zu A, ne? Ja klar. Holy shit. Machen genau wie wir, Alter. Ein Squad spawn, bumm, alle da. Äh, achso, das ist einer von uns. Ich dachte gerade, wer ist denn hier an der Kanone? Ahhhh. Level up. Ahhhh. 110 Warborns. Ahhhh. Oh fuck, Alter, wir verlieren gerade, ne? Okay, shit. Können wir noch alles schaffen. Ich glaube, wenn das Boot gleich da ist, versuche ich das mal zu übernehmen. Ich habe das noch nie gemacht. Das Boot? Das Boot? Das ist ein U-Boot? Zum Kriegsschiff. Gab's nicht sogar... Ist das nicht sogar der Erste Weltkrieg? Gab's doch die ersten U-Boote oder so, ne? Äh, die U-Boote gab's glaube ich im zweiten ersten. Ja, ich glaube ich auch. Also die ersten Kriegsschiffe gab's halt schon im ersten. Ich glaube damals wurde auch die Sektsteuer eingeführt oder war das im zweiten Weltkrieg? Sektsteuer? Ja, die Sektsteuer wurde eingeführt um die deutsche U-Boot-Flotte auszubauen. Sektsteuer tatsächlich, ja? Auf Sekt? Ja, die besteht bis heute. Nur auf Sekt oder auf wir und so'n Kram? Nur auf Sekt. Deswegen Sektste ist auch teuer. Äh. Das ist gleich gut. Herstellung. Backstep. Pumpgun. Ich habe ihn gerade gekillt. Tut mir leid, Knüppel. Kein Ding. Hier sind noch welche. Hehehe. Weiter geht's. Wir können die Burg stürmen. Wir haben eine Pumpgun. Auf geht's, komm. Wir müssen, sonst verlieren wir. Weißt du, was die jetzt auch schönes erneuert haben? Ja, go, go. Knüppel. Die haben jetzt ein Bayonett an die Pumpgun reingemacht. Oh, wichtig, wichtig. Ja. Hallo, du da oben. Oh, Linierknüppel. Au, au. Sniper oben von den... Ah, von oben von der Burg. Au, au. Quack, quack, quack. Rießen auf mich. Ja, ich habe einen getötet von denen. Nice. Okay, ich pushe den gegen. Einer rechts close. Sniper. Ground Level. Wir haben ihn gesehen. Beim... Beim... Beim Mr. Butters, ja. Ja. Down. Nein. Oh, da wo ich gestorben bin. Drei oder vier Stück. Viele, viele. I'll be back. Ich habe Scharfschütze in Ordnung bekommen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Nice. Ja. Ein mit Masterful Scharfschütze. Oh, da ist ein Flammenwerfer, Dude. Oh Gott. Oh Gott. Ihr habt ein Torpedo. Oh Mann, komm bitte. Lass mich doch einfach mal an irgendwas treffen. Ah. Ah. Ganz viele. Ganz viele linke Seite. Linke Seite. Komm auf dich zugepusht, Daniel. Rechts. Oh, ich konnte nicht mehr. Was zu Ende, Alter. Scheiße. Wir haben gar kein Boot gekriegt. Also Schiff. Ich frage ich mal Boot. Gute Frage. Weil Dave da eine Geschichte über das Boot erzählen konnte. Boot. Das ist das Problem. David, du bist nie da, weil wir dich drauf. Wir brauchen einen Medic. Wo warst du? Wo ist der denn, der Junge? Ich war, äh, ich bin... Ja, ja gut, okay. Nein. Nein. Oh nein, wir haben verloren. Oh nein. Oh, die Fuß. Mit Wert verloren. Das Osmanische Reich hat verloren. Nein. Gegen die Bretten, die Tommys, die Schäule. Voll knapp. Oh Gott. Das ist gut für Eis. Next Map wird easy sein, weil jetzt hab ich meine Pumpgun wieder. Nur Eis. Oh Gott. Mh. Mh. Das war zumindest die Testversion von Battlefield 1. Wie hat es euch gefallen? Mit dabei war ein Knüppel, mein guter Freund. David und meine Wenigkeit. Dank fürs Zuschauen. Schreibt einen Kommentar, weil dann haben wir es zu lesen. Und bis bald. Das ist so schön. Ich gucke mich im Moment. Ich gucke mich, wie wie das? Untertitelung des ZDF, 2020